Es gibt Verwirrung beim Release-Termin der Xbox Series X, beim Final Fantasy VII Remake drohen Verzögerungen und Valve will demnächst die Matrix erschaffen. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News aus dem Home Office. Wann erscheint die Xbox Series X? Darum gab es gestern einige Verwirrung, denn für wenige Minuten war auf diversen regionalen offiziellen Xbox-Seiten zu lesen, dass die neue Konsole Thanksgiving 2020 erscheint. Thanksgiving ist in den USA traditionell immer das letzte November-Wochenende, in diesem Jahr wäre das also das Wochenende vom 26. November gewesen. Ist das jetzt also der offizielle Release-Termin der Xbox Series X? Wohl nicht, denn ein paar Minuten später wurden diese Grafiken schon wieder ausgetauscht, da steht jetzt nach wie vor Holiday 2020, also zum Weihnachtsgeschäft 2020. Auch Larry Herb, der PR-Mann von Xbox alias Major Nelson hat dann klargestellt, dass man sich bis auf Weiteres nur auf dieses Weihnachtsgeschäft 2020 einstellt. Das mit Thanksgiving hat also wohl nicht gestimmt. Seit fünf Jahren warten die Spieler auf den Release des Remakes von Final Fantasy 7 und der soll nach derzeitigen Planungen am 10. April dieses Jahres erfolgen. Am Release-Termin will Square Enix auch unbedingt festhalten, warnt jetzt aber in einem Twitter-Beitrag, dass es in diversen Regionen da zu Verzögerungen kommen kann, je nachdem wie die gegenwärtige Situation in dieser Region ist. Das heißt, es werden vermutlich nicht alle Spieler, die das Spiel vorbestellt haben oder in der Release-Nacht noch kaufen wollen, das Spiel direkt am Release-Tag bekommen. Davon sind natürlich nur die Laden-Versionen betroffen. Digitale Versionen im PSN für die PlayStation 4 werden also nicht davon betroffen sein. Weitere Infos dazu möchte Square Enix in Kürze schon am 20.03. am Freitag bekannt geben. Final Fantasy 7 Remake erscheint momentan zeitlich exklusiv für die PlayStation 4. Nach Half-Life Alyx hat Valve offenbar Großes vor. Denn im Interview mit IGN erklärt Valve mit Begründer Gabe Newell, dass man in Zukunft nicht weniger vorhabe, als eine Version von der Matrix zu erschaffen. Das ist also kein Spaß, sondern Valve plant wirklich eine komplett digitale Welt, in der tatsächlich das menschliche Gehirn als Interface fungieren soll. Laut Newell sei die Technologie in vielen Bereichen dafür schon weiter fortgeschritten als viele denken. Trotzdem sind nach wie vor noch viele Hürden zu überwinden. Newell schätzt aber, dass Valve in den nächsten zehn Jahren so weit sein könnte, eine komplett digitale Spielwelt zu erschaffen, in der wir mit unserem Gehirn unseren Avatar steuern. Der für seine Gaming-Hardware bekannte Hersteller Razer will ab sofort einige seiner Produktionsstätten umgestalten, um dort statt Gaming-Peripherie oder Headsets stattdessen Atemschutzmasken herzustellen. Das hat auf Twitter der Geschäftsführer von Razer, Min Liang Tan, bekannt gegeben. Das Ziel ist es, insgesamt über eine Million Atemschutzmasken herzustellen und die dann den verschiedenen Gesundheitsbehörden verschiedener Länder zu spenden. Razer will sich in Zukunft weiter im Kampf gegen Covid-19 einbringen. Und nochmal Valve und futuristische Technologie. Jetzt geht's aber um Features, die schon jetzt verfügbar sind. Ab sofort kann man auf Steam sich nämlich seine Spielerempfehlungen von einer KI geben lassen. Dieser interaktive Empfehlungsgeber funktioniert so, dass er euer Spielverhalten analysiert und euch dann sagt, welches Spiel am besten zu euch passt. Das bisherige Empfehlungssystem von Valve krankte nämlich an der Tatsache, dass das immer nur empfohlen hat auf der Basis dessen, was ihr gekauft habt, nicht aber auf Basis dessen, was ihr wirklich gespielt habt. Dieser neue interaktive Empfehlungsgeber funktioniert jetzt so. Der guckt sich an, welche Spiele ihr spielt, schaut, welche anderen Spieler das auch spielen und sagt euch dann, welche Spiele, die die in ihrer Bibliothek haben, ihr aber noch nicht für euch in Frage kämen. Ausprobieren könnt ihr das ab sofort. Ihr klickt einfach in Steam auf den Store, klickt dort oben auf Ihr Shop und wählt dann den interaktiven Empfehlungsgeber aus. Horizon Zero Dawn wird auf PC über Steam veröffentlicht und da gibt es schon erste Informationen, welche Features diese PC-Version bringen soll. Unter anderem Ultra-Wide Support. Ein Feature wird es jetzt aber nicht geben und das ist ein FOV-Slider, also ein frei einstellbares Sichtfeld. Das haben die Entwickler von Guerilla Games auf Steam inzwischen bestätigt und erklären, sie können keinen FOV-Slider einbauen, weil das die ursprüngliche Spielerfahrung und den visuellen Stil des Spiels zu stark beeinträchtigen würde. Einige Spieler mutmaßen jetzt, dass einer der anderen Gründe sein könnte, dass dieses Sichtfeld zu stark im Kern des Programmcodes von Horizon Zero Dawn vergraben ist, dass man den nicht mehr anpacken kann, weil das Spiel ja ursprünglich auf die begrenzten Leistungsressourcen der PlayStation 4 angepasst wurde. Ebenfalls interessant wird, wie dieser fehlende FOV-Slider mit Ultra-Wide Support zusammen funktioniert, denn man könnte es natürlich einfach so machen wie bei Overwatch, dass man das Bild gleich breit lässt, oben und unten dann aber einfach Sachen wegnimmt. Dann hätte man auch Ultra-Wide Support, aber nicht den, den vermutlich viele Spieler wollen. Weltweit helfen Spieler mit, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, indem sie zuhause bleiben, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Damit Pokémon-Go-Spieler sich diesem Kampf auch anschließen können, haben die Entwickler von Niantic jetzt ein Quarantäne-Update für Pokémon Go veröffentlicht und das hilft, dass ihr das Spiel von zuhause oder zumindest von sehr nah um euer Zuhause herum erfolgreich spielen könnt. Einige Sachen wurden da geändert, unter anderem müsst ihr jetzt viel weniger weit laufen, um ein Ei auszubrüten. Zum anderen bekommt ihr bei einem Pokéstop viel mehr Items auf einmal und die Spawn-Raten von Pokémon in eurer Nähe wurden stark erhöht. Außerdem hat man auch den Preis des Items Rauch, mit dem man neue Pokémon anlocken kann, auf nur eine Münze gesenkt. Die neuen Spielregeln bleiben bis auf weiteres in Kraft. Vor einiger Zeit hatten wir schon mal darüber berichtet, dass der neu gegründete Entwickler Telltale die Reihe Tales from the Borderlands zurückbringen will. Damals sah es aber so aus, als würde das noch eine ganze Weile dauern. Jetzt ist aber ein Trailer geleakt zu einem Spiel namens Tales from the Borderlands Redux, also eine Art überarbeitete Fassung von Staffel 1 von Tales from the Borderlands und laut diesem Trailer ist in dieser neuen Fassung 60 Minuten neuer Inhalt, also quasi eine Zusatz-Episode enthalten. Am Ende dieses Trailers ist außerdem die Rede davon, da sieht man eine Ziffer 2 und die Zahl 2020, wo viele Fans jetzt spekulieren, ob vielleicht dieses Jahr sogar schon eine Fortsetzung, also eine zweite Staffel kommt. Offiziell bestätigt wurde das bisher noch nicht. Gut möglich, dass auch die Corona-Krise diese Pläne über den Haufen geschmissen hat. Das war's schon wieder mit den News für heute. Zum Schluss denkt dran, wenn ihr in Sachen Spiele-News auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch diesen Kanal, indem ihr den Abo-Button und die Glocke drückt. Ansonsten könnt ihr euch jetzt weitere Videos von uns angucken, wie zum Beispiel dieses hier, in dem wir euch zeigen, was es alles Neues über die PlayStation 5 seit gestern gibt oder dieses Überraschungsvideo, das ich gar nicht kenne, weil YouTube das ausgewählt hat, was ist von uns. Also ist es bestimmt super. Morgen jetzt die nächste Ausgabe News. Bis dahin, weiterspielen.